Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OnRush und wir machen wieder weiter. So, Superstar wieder. Wir sind jetzt bei Regeneration. Oh nee, hier haben wir das schon durch. Oh, Starpower sind wir, genau. Wir finden ja noch die drei nur noch. Na gut, dann machen wir hier gerade mal weiter. Lights out, ok. Entforcer, Gegner mit Blackouts geblendet, ok. Ok. Wähle ein Fahrzeug. Ok. Machen wir doch. Entforcer. Entforcer haben wir so ein bisschen an Need for Speed, da gab es auch so eine Entforcer sozusagen. Kategorie bei den Cops, die sind auch Entforcer. So, und los geht's. Der für dein Team zu sammeln. Oh, Abstand. Wow. Nein, haben wir das erste Jahr schon geschafft. Sehr gut. Ok, die Mepfe kann ich überhaupt nicht. Die Mepfe kann ich überhaupt nicht. Oh. Und. Verdammt. Na ja, das ist super. Hm. Warte. Knapp. Warte, schon knapp sind alle. Warte. Warte. Warte, aber alle. Ach, man zieht's ruhig. Wegen da mit 7. Hm. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß schon, was ich machen muss. Okay. Na ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hab nichts mal gesehen. Soll ich schon machen heute. Aber die Challenges gehen jetzt eigentlich. Also wenn man weiß wie es geht, dann ist es natürlich nicht so schwer, kann man sagen. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja auch schon mal gesehen. Ich hab nur... Ja. Ja. Hm. Kann ich bei uns wieder noch? Ja, klar. Ja. Ja. Ich hab's mit mir. Ja. 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 Na ja. Ja. Ich hab' nur noch eins hier. Ist sehr gut. Okay, dann muss ich jetzt. Ich muss nur noch den. Ein Warsch jetzt anziehen. Das ist ein paar Sachen, die wir nehmen wollen. Das ist ein paar Bleibchen. Das sind die Kanferie. Ich bin jetzt mal fertig. Lämpchen. Was ist denn? Ich bin jetzt auch da. Wo? Wir haben schon. Wir haben jetzt noch die Lämpchen. Schade. Schade. Jetzt wird es schreit. Gut flasht. Die eine Herausforderung wird knapp, das zu schaffen. Wird echt knapp. Eine Sache noch. Dann habe ich es ja. Da kriege ich noch irgendwie hin. Warte, da kriege ich noch irgendwie hin. Schade. Bitte möglichst schnell. Und... den Flash. Mist. Ich habe den... nichts gesehen. Okay Ich hab wieder gecrasht, ich brauche es nicht, ich bin schnell. Es sind noch 3000 Punkte. Wo soll ich ein wenig fliegen? Ach, come on, ey. Ich hab das gar nicht mehr. Ne, muss ich auskriegen. Ich mach es dann gleich nochmal. Es ist egal, mir fehlt nur eine Herausforderung. Eine. Ich mach es einfach auskriegen, Leute. Ich muss einfach auskriegen. Ist ja nur noch eine Sache. Gucken. Das ärgert mich schon besser. Das hätte ich ja hinbekommen. Mist. Ich mach jetzt einfach weiter und dann... Mal gucken. Oh, wir haben es ja, oder? Ne. Okay, lol. Jetzt wird es eben, okay. Jetzt aber. So. Genau, das fehlt halt noch. Egal, wir machen erstmal jetzt. Rising Stars. Rising Stars. Das haben wir. Das haben wir. So viele Tore. Mit schwer und dann wieder. Tempo da wo sein. 150 Tore durchfahren. Wuhha. Das ist viel. Das ist sehr viel. Wie gesagt, das andere mal schnell auskriegen. Es geht ja schnell. Hier weiterkommen. Der Krapagne. Ja. Fahre durch Tore. Zeit für dein Team zusammen. 100 Tore. Okay. Jetzt darfst du was erleben. Eine. Also fast eine Tore. Manchmal. Ich fahre nicht. Was? 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 Ach come on. Ach come oooom. Ja. correlate falsch. 1. ARON Bernard. Was kommt jetzt. Ach come on... Habt es das nicht? Was gibt es eigentlich? Ich bin genauso gefreut wie er. Okay. Okay. Achtung. Speziere Fähne. Atmen. Ehm, 1-0. So. So, könnte das schon schwer werden. Ich glaube jeder ist zu fahren hier. Fünfzehnfache. Kann man schon einlauern hier. Ich habe mir das trainiert noch lange. Ich habe mich schon mal runter einsteigt. Wirklich. Man, das ist nicht einfach. Runden-Niederlage, verdammt. Los gehts. Okay. Okay. So, also ich hoffe gegen die Ländle sammelt. Es wird uns das besser gehen. Aber... Auch wieder Rambock hier. Das ist auch für diese Brände. Das Fall ja schon geschreit. Wie ich jetzt kommen kann. Oder hinbekommen. Ich muss ja hier machen. Und auch das gute Fall. Wir haben den nächsten Ratsch. Wir haben den Vorschläge zugänglich. Ein Trinkl innen. Ein Trinkl innen haben wir gelöst. Willkommen ein Trinkl. Jetzt müssen wir auch hier gewinnen. Ich habe ihn noch einmal gewinnen und dann passt es. Ich habe hier nur noch die Monsters. Wir sind schon auf den Wind. Aber wir müssen ja nicht tauben fahren. Schauen wir jetzt gleich mit einer Klappe. Wir haben so eine blöde Torlänge hier. Habe ich den 1-3-3 gepasst. Wir haben hier noch 80. Passend, in einer Runde waren wir noch 70. Sehr gut. Wir haben jetzt schon mal vom Ende. Sehr gut. So viele Tore noch kann man. Sehr gut. Wir haben bestimmt auch die Geführung gerade. Das ist so sehr. Sehr gut. Wir sind schon bei 80. Wir sind auch 70. Also das letzte Tore sind sehr gut. Ich denke da hat es nur bei der letzten Tore, dass ich es geschafft habe. Das ist eigentlich auch gerade so stark. Aber egal, ich habe Zeit. Geht ja schnell. Hm. Oh. Sehr gut. Wir müssen gut in Führung. Und jetzt gleich 100. Wir haben 97 Farben hier. Sehr gut. Nach 3 Stück dann hätten wir ja die 100. die mache ich nicht mehr. Ich hoffe mal wir haben den 4 Stück dann und ich brauche. Ja. Schau mal. Oh cool. Oh der war ab. von diesen punkten sehr gut finale wir müssen es eigentlich schaffen wir müssen es eigentlich schaffen los gehts wir brauchen noch 53 wir haben erst mal die 100 gefahren wir kommen uns nicht verwandelt 46 126 Wir müssen erstmal das Video Hoffentlich fort haben Und noch 150 Torf also mehr Dann haben wir das eigentlich getroffen Ich setze jetzt eigentlich mal gut auf Ich finde das immer 25 Ich mach mal Runde 1 Ich habe nur so lange Zeit Dass die Torf sind ja immer Punkte Das ist eigentlich eigentlich positiv Ich würde sagen Ich feiere ja zur Zeit durch alle Tore Die Perf Die Perf Das ist eigentlich ganz gut Mit dem Bulldozer wäre es doch nicht so gut Außer ich habe jetzt schon alle Tore 3 Oh, ich habe an dem Tore verpasst 1 1 1 20 Ich dachte sehr gut nachschlagen Also ich mach immer Bock Aber manchmal ist es sehr schwer Wie der letzte Rennen Oder stattdessen Weil das nicht nur hier Sondern das letzte Rennen Leider habe ich da nicht alles geschafft Das ist jetzt hier schön Ah Ah Er ist jetzt drinnen gewonnen Hm 13 Tore noch 13 Tore noch Also wenigstens Wir fahren trotzdem alle mal durch alle Tore Auch wenn wir das irgendwie schon machen müssen Das ist halt so gewinnen wir jetzt am besten Hm Hm Ich würde mir das echt Toll noch nicht Am besten 1 2 2 Okay Incoming Ich bin auch schnell durchgefahren hier, leider nicht mehr. Ah, es wird knapp werden, wir können ja nicht knapp was gewinnen, aber ich habe auch nicht knapp. Ah, es wird knapp. Oh, es wird knapp. Was ist denn das? Ich habe noch nicht so, dass wir ihn mit ihm getrennt. Ich muss aber noch nicht den Bulldosser aktivieren. Ich habe trotzdem nichts mehr gesehen, obwohl ich nichts mehr gesehen habe. Ich habe das Gefühl da noch gebraucht. Wow. Schade, egal. Es stinkt. Ich muss nur noch die Rüge finden. Oh yes. ... Ich bin schon immer wieder. Ich habe nichts mehr gewonnen. Das ist okay, ich muss auch wiederholen. Ich sehe nichts mehr. Ich habe eine große Herausforderung mit. Er ist ein Français. Gut, die kommen gut voran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die kommen raus. Ja, ja, wow. Die ganze Zeit, die Top-Speed hier. Im Zentrum kommt die mehr. Boah, das hängt an. Nein. Okay, die Gegner haben noch 14 Sekunden. Wir müssen es schaffen, Leute. Wir müssen es einfach schaffen. Okay, noch 8 Sekunden. Ja. Und damit, guten Abend. Danke, dass wir gewinnen. Siegt aber auch. Sieg. Ja. Boah, das war so knapp. So richtig knapp. Aber 107 Tore durchfahren. Krass. Da kommt über so viele Tore durch die Möglichkeit zu fahren. Boah. Über eine Minute habe ich schon gefühlt. Uhu. So, wir zeigen das Finale. Kommt glaube ich jetzt, oder? Kommt jetzt das Finale? Ich weiß jetzt halt gar nicht. Kommt schon, Leute. Wir müssen gewinnen. Steckt mir die Daumen. Mit einem Daumen rum. Natürlich. So. Kann man ja auch einen Daumen drücken, wenn man einen Daumen nach oben drückt. Versteht ihr? Daumen drücken, Daumen gedrückt. Egal. Auf geht's gegen Hitbox. Fahre durch Tore. Was müssen wir machen? Ah, okay. Wieder. So. So. Boah. Jetzt habe ich ein Gefängnis. Eine. Andere. So. Das ist nicht wohl das Holz. So. So. Da. Ich hab ihn an. Scherbisch. Hier soll ich noch eine Runde fahren. Einmal noch. Dann haben wir es. Leider nichts. Und. Aum. Das schmeckt noch drin, Leute. Das schmeckt noch drin. Egal. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich bin zu spät rausgelassen. Hm, hat er gerade Katzen? Hat er gerade frisch gesehen? Egal. Hier, schön patientiert bleiben. Gut, juhu. 9 Sekunden und hier noch 12. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, es sieht sehr gut aus. 2 Sekunden? Ja. Okay, gut, jetzt müssen wir noch 1 Sekunde, dann haben wir gewonnen. Oh, da liegt das Halbfinale. Oh, cool, ich habe einen Burger, lecker. Hm, ja. Ich bin auch schon drauf. Kein Stress. Ja. 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 Unternahe mit anderen. Das ist voll hier. Sehr gut. Ich bin ja schon weit vorne. So, ganz schön. Ich werde es ja früher machen können. Oh. Ja, dann kann ich auch nicht fahren. Wie gesagt, ich denke jetzt immer, dass ich das einmal geschafft habe. Ich denke, dass ich pro Tag. Aber es geht ja schnell. So ist es jetzt nicht. Aber wenn man jetzt schnell alles in allem machen kann, so ist es jetzt etwas zu öffnen. Hm. Hm. Ok. 2 Sekunden. So. 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 Ich habe mir das geschafft. Huhu. wieder gleich. Ich habe es geschafft. Sehr gut. So Leute. Das will sagen. Jawohl. Der nächste Part des Shops hat euch gefallen. Nächsten Part geht es hier. Das ist ein Knight Camp. und ja wirst du gefallen, ihr könnt gerne einen Daumen geben, bis zum nächsten Mal von und Rush bis zum nächsten Mal